Ich begrüße euch Leute zu Let's Play News über Mario Bros. 2 und dieses Projekt, das habe ich ja am release am 17.8. ja aufgenommen und hochgeladen, allerdings nur ein Part und heute soll das Let's Play fortgesetzt werden. Ich habe auch keine Ahnung warum ich das Let's Play damals einfach so abgebrochen habe ohne Grund, ist einfach so gekommen und ja das Let's Play das wird jetzt endlich fortgeführt nach knapp anderthalb Jahren geht es endlich damit weiter und der Spielstand ist immer noch der gleiche, wir sind immer noch in Welt 1 und ja was haben wir überhaupt das im ersten Part alles so gemacht. Das ist auch schon etwas länger her als ich das Spiel gespielt habe, ja wir haben bis zum ersten Turm gespielt, so viel weiß ich noch und wir machen jetzt einfach mal weiter in Welt 1 Level 4 und man sieht es auch schon hier an der Münzanzahl da unten. Ich habe mittlerweile 2 Millionen Münzen gesammelt, also es ist nicht so wie beim ersten als ich das Let's Play gestartet habe, dass ich irgendwie nur 600 Münzen oder so hatte, nein es sind jetzt wirklich 2 Millionen geworden. Also das 1 Millionen Münz Limit, das habe ich schon mal erreicht, was ich damals ja im Let's Play eigentlich erreichen wollte und diese Aufgabe, die hätte ich schon mal geschafft durch das ganze private Spielen und weiß der Teufel was und dieser Treffer, der war gerade richtig unnötig. Aber was soll's, ja gespielt wird dieses Spiel zu 100%, das habe ich auch alle schon im ersten Part gesagt und ich muss mich halt jetzt erstmal wieder in das Spiel reinfinden, weil ich es halt auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt habe. So, die 8 roten Münzen, die gibt es immer noch, die werde ich jetzt aber nicht einsammeln, da ich ja Tanuki Mario bin und ich habe noch einen Tanuki im Inventar, also leer ausgehen sollte ich schon mal nicht. Und hier muss man jetzt glaube ich wieder schnell sein. Ja doch, 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 das wird schon, das wird schon, das wird schon, sehr schön. So, dann gehen wir jetzt hier mal wieder raus aus dieser Bonus Area. Und hier hätten wir jetzt einen Goldring, ich weiß nicht, gab es den schon im ersten Part, als ich das damals gezeigt habe, ich glaube nicht, ne. Auf jeden Fall sieht man es ja schon, man kann mit dem Goldring richtig viele Münzen, äh, abräumen. Und die ganzen Gegner verwandeln sich dann auch nochmal in Gold und wenn man die dann mit dem Panzer kickt, dann kriegt man auch nochmal richtig viel Geld. Also, ich wackele die ganze Zeit mit dem 3DS, weil ich habe den jetzt in den Händen, also früher hatte ich den immer normalerweise auf dem Tisch liegen, so dass ich quasi, ja, nur so gespielt habe. Aber jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Luft zwischen, äh, dem Tisch und dem 3DS, so dass ich den jetzt auch so ein bisschen hin und her wackeln kann. Ist manchmal das Bild halt ein bisschen schief, aber so ist es angenehmer zum Spielen. Ich hatte mir eh vor, spätestens Ende 2014 mir eine Capture Card zu kaufen für den 3DS, so dass ich da noch endlich mal frei aufnehmen kann, ohne die ganze Zeit mit der Kamera alles abzufilmen. Und das wird dann sehr wahrscheinlich Ende 2014 stattfinden. Sehr wahrscheinlich. Und dann kann man auch endlich mal in Ruhe 3DS-Spiele aufnehmen, ohne dass man halt, ja, wie gesagt schon, nicht die ganze Zeit alles mit der Kamera abfilmen muss. Achso, oh Gott, da sind ja diese Fische. Mario, schwimm doch mal schneller, ey. Ach, Mann, gib mir mein Tanooki-Blatt. Danke. So, ich glaube, hier unten gab es die zweite Sternmünze, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da ist sie, aber wir müssen aufpassen, hier sind ganz fiese Strömungen. Was, was habe ich da gerade gesagt? Na, ist doch egal. Hier sind sehr gefährliche Strömungen. Was zur Hölle. Und die wollen uns natürlich daran hindern, dass wir diese Sternmünze bekommen. Und dass hier oben ein Secret ist, das sollte eigentlich jeder sehen. Aber ich glaube, hier ist nur ein extra Pilz drin, also One-Up. Scheiße, 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 scheiße. Ah, scheiße. Und jetzt habe ich niemals gesehen, ob da irgendwie ein Pilz oder so drin war. Aber wir haben immerhin die Halbzeit erreicht. Also, das ist jetzt kein Weltuntergang. Ich glaube aber nur, dass da ein One-Up drin ist. Was ist jetzt? Warte. Ah, da kriege ich das irgendwie heute nochmal hin, irgendwie diesen Block da anzustoßen. Oh Gott. Moment, habe ich das nur verdient, ey. Okay, warte. Jetzt. Okay, es ist nur ein extra Leben. Ja, komm, auf dieses extra Leben verzichte ich jetzt einfach mal. Sonst hängen wir wirklich noch den ganzen Part an dieser Box da fest. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und hier ist doch bestimmt ein Pilz, oder? Ja, natürlich ist hier ein Pilz. Warum auch nicht? Warum sollte hier auch ein Pilz drin sein, ne? Aber da war zum Glück einer. Ah, toll. Warte. Ah, komm. Ein Stern. Hm. Los. Kill sie, Mario. Kill sie. Du bist jetzt unverwundbar. Aber ich muss noch auf die letzte Starcoin achten. Wo ist die? Da oben könnte sie sein. Oh, bitte. Lass sie da sein. Da ist sie auch. Sehr gut. Okay. Jetzt. Nicht sterben, Mario. Ich will dieses Level noch... Ach du Scheiße. Heile beenden. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Okay, da ist das Ziel. Und wir sind wieder an der Oberwelt. Und dann... Ah, schade. Ich wollte mir eigentlich noch einen One-Up da oben holen, aber hat leider nicht geklappt. Na gut, okay. Ist jetzt kein Weltuntergang. Gut. Wir könnten jetzt eigentlich schon direkt zum Castle gehen, aber wir machen das nicht. Denn hier müssen wir noch 5 Sternen-Münzen bezahlen, das uns nämlich zu einem Extra-Level bringt. Und dieses Extra-Level, das wollen wir jetzt direkt mal bestreiten. Wir speichern vorher noch ab und machen Welt 1 Level A. Level A. Das A, B, C oder wie? So. Hier unten gibt es erstmal ein paar Münzen. So. Ach, gibt es hier irgendwo einen Pilz? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier ist keiner. So eine Scheiße aber auch. Oh, aber hier... Hier ist ein Pilz drin. Das ist sehr gut. Halt, warte, Mario. Wir gehen nochmal eben zurück. Hier kann man nämlich eine Stampfattacke ausführen. Und hier ist auch schon die erste Sternen-Münze, Star-Coin, wie auch immer. Und hier ist ein One-Up. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und... Gab es hier unten nicht auch noch einen Goldblock? So ist es. So, den nehmen wir mit. Ist hier noch irgendwas an den Seiten? Ja, da ist noch was. Nochmal ein One-Up. Sehr schön. Und wir schließen uns nochmal nach oben. Aktivieren hier erstmal die Halbzeitflagge. So wie es sich gehört. Und dann gehen wir mal hier hoch. Denn hier ist noch ein kleines Secret. Ne, warte, ich will erstmal gucken. Ah, ist da oben was in der Röhre? Ist da was? Ne, da ist nix. Schade. Okay. Uh, noch ein Goldring. Das ist gut. Jetzt kriegen wir nochmal massenhaft Münzen. Nein, das soll ich nicht treffen lassen. Was? Nein, das war nicht so. Egal. Oh Gott, hier können wir jetzt auch nochmal richtig viel Geld abräumen. Wenn wir wollen. Ja, es sieht doch gut aus. Also Mario, ich glaube deine Steuern kannst du in diesem Spiel richtig schnell abbezahlen. Weil wenn du hier die ganzen Münzen... München... Vor allem München. Wenn du die ganzen Münzen hier in den Arsch geschoben bekommst, ja. Wir dürften Steuern dir scheißegal sein. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Schießen uns hier nach oben. Dieses Level ist cool. Schöne Idee mit den ganzen Röhren. Oh. Und da ist die zweite Sternmünze. Da müssen wir einmal ganz kurz warten. Und dann können wir sie uns nehmen. So. Hier geht es noch rein. Das überprüfen wir auch nochmal direkt mal. Oh, noch ein Goldring. Na, warte. Jetzt. Das bringt auch nochmal ordentlich Geld. Und... Ja. Wir gehen jetzt auch mal sofort ins Ziel. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Uns fehlt uns noch eine Sternmünze. Ach ja, genau. Ach, die war ja so böse versteckt damals. Hier. Da ist ein unsichtbarer Block. Und wenn man den betätigt, kommt man hier in die Röhre rein. Und dann ist hier die dritte Sternmünze. Ja. Über diese Sternmünze habe ich mich damals sehr, sehr geärgert. Obwohl die eigentlich so leicht zu finden ist. Man musste einfach nur da die Röhren überprüfen. Weil die Röhren da ja auch schon sehr verdächtig aussehen. Ja, okay, gut. Jetzt haben wir die Sternmünze wenigstens. Und können somit ins Ziel springen. Und damit machen wir jetzt noch das Castle Level. Da haben wir noch ein Toothouse freigeschaltet. Das werde ich jetzt aber nicht benutzen. Denn wir wollen in das erste Castle von Welt 1. Wie werden wir uns hier entschlagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier an Seilen festhalten. Weil wir sonst in die Lava stürzen. Das sollten wir dringlichst vermeiden. So. Den Pilz haben wir schon mal eingesammelt. Und ach Gott. Darf ich mich jetzt ganz lame treffen lassen? Ich bin genau dazwischen gesprungen, ne? Es ist... Man sollte gar nichts dazu sagen. Weil diskutieren bringt ja eh nichts mit dem Spiel. Das sollte man ja eigentlich... Wissen. Ich bin genau in die Lücke gefallen. Das darf nicht wahr sein, ey. Naja, wir haben ja genug Leben. 32. Damit können wir uns erstmal austoben. So. Den Pilz nehmen wir uns mit. Pilze schmecken ja gut, wie wir alle wissen, ne? Alter. Ach komm, das ist doch jetzt lächerlich. Also einmal kann man sich diesen Tod erlauben. Ja, aber ein zweites Mal nicht. So eine Scheiße aber auch. Dann machen wir es nochmal. Dann machen wir es nochmal. Wir haben ja nichts besseres zu tun im Leben, ne? Als ja die ganze Zeit nur zu sterben. Ja, gib mir den Pilz her. Und dann geht es hier nochmal lang. So, und diesmal warten wir mal ein bisschen. Lassen uns jetzt fallen und nehmen dann die Sternenmünze mit. So muss man das jetzt machen. Oh, unsichtbare Blöcke sind da oben wieder. Das überprüfen wir mal direkt mal. Ah, ein Tanuki ist ja drin. Sehr schön. Und jetzt fliegen wir mal hier rüber. Nehmen hier die ganzen Münzen. Mitunter ist auch schon die zweite Sternmünze. Nicht in die Lava fallen. Okay, hier ist der erste Checkpoint. Und ein Münzblock wieder mal. Wodurch wir wieder einen Münzhelm bekommen. Damit können wir nochmal ordentlich Geld abräumen. Scheiße, ich hab den jetzt verloren. Aber ich konnte meinen Tanuki wenigstens noch behalten. Oh, hier ist noch ein zweiter. Okay. Hier ist nochmal ein unsichtbarer Block. Doch wo ist die dritte Sternmünze? Wir sind schon fast am Ende des Levels. Ach, da unten. Okay. Die dürfte eigentlich richtig einfach zu erreichen sein. Ja, wisst du auch. Die war ja geschenkt. Okay, hier ist noch ein Tanuki. Gehen wir mal zum Boss. Roy ist der Boss. Ne, der heißt doch Roy, ne? Ich meine doch, da ist Roy, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, wie die alle heißen. Die Kuperlinge. Ja, das ist Roy. Okay, was macht der? Er will uns rammen. Das klappt aber nicht so ganz, weil er halt richtig schlecht ist. Und wir weichen ihm jetzt erstmal die ganze Zeit aus. Und dann machen wir ihm nochmal Damage-Schaden. Und die Wände rücken immer näher. Also, diese Wände wollen mich scheinbar behindern. Was ihnen aber nicht gelingt. Und damit ist Roy tot. So. Darum ist ein goldener Schlüssel. aus Super Mario 64. Nein, ist es nicht, aber sieht so ein bisschen aus wie der Schlüssel aus Mario 64. Na ja, okay. So. Da ist Peach. Mit Wie hieß dieser Typ nochmal? Lemmy? War das Lemmy? Ne, Lemmy war doch der Kleine, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ist aber auch unwichtig. Denn diese Kuperlinge sind böse und sie müssen einfach nur alle sterben. Das ist das Wichtigste. Ja, ich möchte gerne abspeichern. Und das war's dann jetzt erstmal für heute von Let's Play New Super Mario Bros. 2. Und im nächsten Part schauen wir uns die Wüstenwelt an. Die sieht doch richtig groß aus. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.